EA, Maxis, wir müssen reden, Leute, wirklich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber Sims 3, Inselparadies, erinnert ihr euch noch? Meerjungfrauen, Strände, Hausboote, man konnte durch die Weltreisen tauchen, die coole Rettungsschwimmerkarriere, die Resorts und die Hotels, die man bauen konnte, dieser ganze hawaiianische Flair war da schon mit im Spiel inbegriffen und die ganzen Meere haben sich in den Welten erweitert und bei Sims 4 ist alles angefangen und stehen gelassen. Und das beschreibt die Sims 4 Inselleben perfekt. Du kannst auf der Insel leben, das war es dann aber auch schon mit Inselparadiesen, hat das natürlich dann auch schon gar nichts mehr zu tun und es sieht hübsch aus und das war es. Meerjungfrauen, nicht durchgezogen, okay, die können, die können ja gar nichts, die können so Loki-Vampir-Fähigkeiten nutzen, so Leute verzaubern und unter Wasser ziehen und mit Delfinen reden, aber ihr könnt aber nicht mit Delfinen schwimmen, das ist so statisches Hallo Delfin und Delfinen so iiii, oh iiii, das mit den Delfinen ist halt so ein bisschen, die können nicht mit deinem Boot mitreisen oder so, das fehlt so ein bisschen so dieses, der Connection, wozu der Delfin? Was im Game, was, wozu, was, warum? Keine vernünftigen Quest-Items auf der gesamten Insel, sodass es sich nicht lohnt, sie zu erforschen, zu erkunden, hast du einmal alles, hast du einmal alles gesehen, hast du alles gesehen. Ui, toll, ein Wasserfall, wo die Sims drin bumsen könnten. Mh, wow, was für ein krasses Gameplay-Element. Also, Meerjungfrauen, nicht durchgezogen, Insel aktiv benutzbar machen, nicht durchgezogen, alles sind irgendwelche Deko-Objekte, die nicht benutzbar sind, kannst du Schildkröten anklicken, es passiert aber nichts, die Festivals, die dort laufen, spawnen random und wenn du nicht daneben wohnst, kriegst du nichts davon mit. Also, Meerjungfrauen, nicht durchgezogen, Insel nicht durchgezogen, Inselelemente nicht durchgezogen und dann kommen wir zum nächsten traurigen Punkt, Rettungsschwimmerkarriere, nicht durchgezogen, wenn man sich die nämlich mal anschaut im Vergleich zu der Sims 3 Rettungsschwimmerkarriere, dann richtig, nicht durchgezogen, die Vulkan-Idee ganz nett, aber es ist wieder so das klassische, oh, das musst du über ein Grundstücksmerkmal machen, damit das mit dem Vulkan geht, nicht durchgezogen, packt sowas doch ins Game-Menü wie Regen und Hagel und all den anderen Kram, so nach dem Motto, so, willst du vulkanische Aktivität erleben? Ja, nein und nicht so nur auf dem Grundstück, weil das macht nämlich gar keinen Sinn, wenn ein Vulkan ausbricht, dann betrifft es die ganze Landschaft. Es wäre ein interessantes Gameplay-Element gewesen mit diesem Vulkan, um diesem Vulkan herumspielen zu müssen und Gründe, warum auch dort in der Nähe zum Beispiel die Grundstücke keinen Strom haben, weil das am Vulkan liegt, ja? Man hätte den Vulkan besser mit einbinden können, mit irgendwelchen Generatoren, sodass man dann da Strom gewinnen kann. Aber hey, die Sim besitzen ja trotzdem ihr Handy, obwohl sie off the grid leben und ganz viele Dinge funktionieren auf dem Grundstück, die eigentlich dann nicht funktionieren sollen und dann funktionieren manche Sachen nicht, die funktionieren sollten wie die Waschwanne, wo ich mir denke, wie kann man die vergessen? Wie kann man vergessen, dass die Waschwanne... Wie? Da kann man dann einmal Wasser nachfüllen und das Ding auskippen. Wie kann man das vergessen? Es ist so halbseiden, nicht durchgezogen. Das ganze Pack ist einfach einmal so ein Schluck Wasser und dann denkst du, ja, fehlt Zitrone und Eiswürfel drin. Und die Hotels. Es gibt Mods. Damit kannst du Hotels spielen. Warum wird man so kompliziert? Scheint es ja dann doch nicht zu sein. Genauso wie es Modifikationen gibt, die spielbare Karrieren ins Spiel bringen, die ziemlich komplex und umfangreich sind. Und ich habe selber schon Teilzeitjobs und Karrieren programmiert und mir auch angeguckt, wie man das machen kann, damit diese auch teilweise spielbar sind. Und es gibt diese Go-to-School-Mod und so. Warum sind dann jetzt schon wieder Karrieren drin, Teilzeitkarrieren, die so wenig Game-Elemente haben? Tja, ist alle Karrieren, die die Modder erstellen, besser aussehen und lustiger gestaltet? Es ist so, als... Es fehlt das Herzblut da drin. Das Aussehen, das Flair, die Gestaltung, brauchen wir nicht drüber reden. Geil! Abgefahren, ja, so vom Design-Aspekt. Aber vom Game-Design-Aspekt fehlt halt die Hälfte. Design ist da. Game leider nicht. Und das macht es mir persönlich ein bisschen schwer, gerade aktuell viel Spaß an dem Inselleben Let's Play zu haben, weswegen wir auch in die Modding-Community abtauchen werden. Ich habe während des Spielens entdeckt, so, hey, Moment, ich habe ja eine Mod installiert, mit der man Hotels machen kann und basteln kann. Und ich werde jetzt meinen aktuellen Zielpunkt des Let's Plays verschieben, dieses genügend Geld zusammensparen, damit die sich ein Haus kaufen können. Pff, fuck this shit. Wir arbeiten jetzt darauf, dass Mona die Schnauze voll hat, dort mit diesem ganzen Haufen dort zu leben und zu sagen, jetzt müssen wir zusammen auch was kriegen. Jetzt werden wir uns mal die Jobs ein bisschen angucken, werden alles, was man auf der Insel machen kann, einmal ausprobiert haben und dann werden wir Modifikationen durchspielen. Und zwar werden wir uns dieses Mod-Hotel holen. Es gibt da extra eine Modifikation, da kannst du quasi dein Hotel spielen. Ist zwar nicht ganz so smooth wie jetzt Sims 3 Resorts, aber ähnlich. Und ich werde mal ein bisschen mehr mit den Gameplay-Elementen spielen, die die Community gemacht haben. Ich spiele ja normalerweise nicht sonderlich viel mit Modifikationen, eben weil ich halt weiß, dass viele von euch nicht mit Mods spielen können oder wollen, warum auch immer. Es ist super leicht zu installieren. Dementsprechend, ja, lasst uns mal ein bisschen mehr den Fokus auf das legen, was Leute, die viel Arbeit investieren, Großartiges geleistet haben für die Sims 4 Community. Und bei EA und Max, es tut mir leid, aber warum? Dieses Pack hätte so perfekt sein können. Passt mal auf. Den Vulkan mehr ausnutzen, um ein spannendes Gameplay-Element zu bringen, super Sache das. Macht ihn einfach nicht ganz so gefährlich und dann baut um diesen Vulkan die Umweltschutzkarriere mit drumherum auf. Ja, super Sache das. Man kann Dynamos für den Vulkan bauen, mit Erdwärme arbeiten, man erstellt sich seinen eigenen kleinen Außenposten und braucht diese ganzen technischen Geräte, um den Umweltschutz zu betreiben, um das Klima zu messen, um, um, keine Ahnung, irgendwelche coolen Strahlen von irgendwelchen Satellitenschüsseln in den Himmel zu schießen, um für den Umweltschutz zu sorgen. Nicht nur Sachen sammeln! Umweltschutz heißt nicht am Strand herumlaufen und Dreck rausziehen, das ist noch eine ganze mehr. Man hätte viel weiter gehen können, den Schritt. Und die mehr jungen Frauen hätten einen Skilltree gebraucht wie die Vampire. Ja, dann noch die Resorts rein, ja, und wenn es nur kleine Resorts sind, Hausboote braucht es nicht unbedingt, aber Boote, auf denen zwei Sims sitzen können, um durch die Gegend zu fahren, weil die Insel verdammt groß ist und du nicht immer zwei Boote haben kannst, mit denen die Sims durch die Gegend fahren. Super Sache das. Und dann einfach so ein paar kleine Gadgets, die den Delfinen nützlich machen, sodass man nicht einfach nur denkt, oh, ich will halt den Delfinen. Flipper! Das war mein Rant zum Dienstag. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Die Sims 4. Wenn ich einen Plan habe, wie es weitergeht, dann wird es richtig gut, weil aktuell ist so, ja, das witzigste am Let's Play sind die Interaktionen zwischen den Charakteren, aber das Rest ist auch mehr so, ja, ich laufe da rum. Ich finde eine Muschel, dann finde ich eine Muschel, die in der Muschel steckt und auf der Muschel ist wieder eine Muschel. Ja, und über die Bugs brauchen wir gar nicht reden. Tschüss und lasst ein Like da und ein Kommentar wird mich voll freuen. Ich werde mich so auf das Pack gefreut. Wenn sie das Magiepack versauen, dann bin ich raus. Dann bin ich auf das Psyche lebe und will ich mal auf das Psyche. Dann bin ichипrev! Der Psyche lebe. Perf sub Komm! Vielen Dank.